Du warst nicht vorbereitet! So, wir haben 4 Briefe, auf einmal Community Bro, BVB Frage Hallo Flo, meine Frage wird sich belaufen, ob du diese Season planst die Road 2800 Videoreihe zu veröffentlichen, da mich letzte Season mega motiviert hast das Elite Set zu farmen, leider diese Season nur mit mäßigem Erfolg. Frage 2 Ist es schwer für dich 1800 zu erreichen oder etwas sehr Triviales, da du schon mal in der Vergangenheit Gladiator warst und somit kein schlechter Spieler bist? Leider bin ich davon weit entfernt. Hättest du Tipps, um generell besser zu werden? Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr ausholen, ich glaube den Brief nehmen wir zur Sicherheit einfach mal mit, dann will ich es nicht drauf vergessen, gehen wir gleich drauf halten. Ah jo, danke, hey Shiami schonmal, Entschuldigung, schonmal danke für die ganzen Konten und Bemühungen und Leistungen. Die meisten meiner Freunde haben WoW den Rücken gekehrt, deshalb habe ich mir einen zweiten Account zugelegt, um gewisse Sachen zu erspielen, wie die blutigen Münzen und Rache der Kralle Ruf. Kennst du als Wandel des Lexikons noch weitere Sachen? Mounts, Pets, Toys, Achievements, die man sich holen kann mit zwei Spielern? Fällt mir jetzt spontan gerade nicht wirklich was ein, außer zum Beispiel jetzt bei Liebe liegt in der Luft oder so, gibt es ja hier das Achievement mit dem Liebesstrahl, da muss man ja 50 mal auf jemand anderen wirken, das kann man zu zweit machen, indem man es gegenseitig auf sich wirkt. Und dann könnte man das hochstacken, damit man das Achievement hier holen kann. Ansonsten fällt mir jetzt spontan gerade nix ein, wo halt zwei Spieler ausreichen, weil so für die Rätselmounts und so weiter langt es wieder nicht, weil für das Hirn, was man da abholen kann, das Mount, wo da mehrere Leute reinpassen, da brauchst du ja glaube ich auch fünf Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, ehrlich gesagt, aber einen zweiten Account braucht man dafür auch nicht wirklich, dafür gibt es halt eh im Game mehr als genug Leute, die man einfach random findet, selbst beim Achievement merke ich, wie viele Leute random einfach solche Erfolge machen und damit trifft man einfach zwangsmäßig auf so jemanden. Und alternativ gibt es immer noch das Achievement Discord, da gibt man einfach auf Google ein WoW Achievement Discord, da sind Leute, die farmen der Folge only und da kannst du immer Leute suchen, für was auch immer du gerade machen willst. Soll das dann halbwegs Englisch sprechen können, weil das ist der gemeinsame Nenner von allen da drin, weil die kommen ja auch von überall aus der Welt. Bangarion, Mavic Plus, Moin Chiami, erstmal danke für das geile Let's Play, kein Ding. Nun zu meiner Frage, ich habe einen Treffsicherheitsjäger und weiß nicht, ob ich schon Mavic Plus 16 laufen kann, kannst du mir eventuell helfen? Ich meine, die einfachste Hilfe ist einfach, indem du dich durchprobierst. Wenn du Mavic Plus spielst, spiel dich von unten hoch, du kannst dann einfach zum Beispiel, das ist was, was viele Leute immer machen, sie sehen halt irgendjemand, der halt gut spielt und glauben dann, weil sie das gesehen haben, sie können das halt irgendwie replizieren und wollen halt dann quasi direkt weiter oben einsteigen. Die Realität ist aber, wenn man neu ist oder wenn man noch nichts vorweisen kann, muss man sich von unten hocharbeiten und dann lernt man halt eh Stück für Stück, was man schafft oder nicht schafft. Du hast also als allererstes einen Plus zweier Key, läufst den Key, schaust, ob er läuft, dann kommt der nächste Key. Ab und zu hast du mal wen, der lief, ab und zu hast du einen Key, der läuft mega clean und dann geht es halt immer weiter und weiter und dann vergleichst du dich einfach. Erstens schaust du, ist der Key in time und zweitens kannst du jederzeit deinen Schaden dann vergleichen mit den anderen Leuten, also am Ende des Dungeons logischerweise den Overall Damage und nicht jetzt bei einem Pull hat einer 1,2 Millionen gefahren oder so, das ist ja irrelevant, wenn es Overall halt mehr oder weniger dann aufs Gleiche rausläuft. MM Hunter ist ziemlich nice. Im Miffi Plus momentan habe ich einen mit G-Fit in der Serie auch gespielt und da habe ich auch, ich hatte keine Probleme, mich da nach und nach einfach durchzuarbeiten durch die einzelnen Key-Stufe und dann lernt man halt eh, dass man immer besser wird, das Gear wird immer besser und umso besser dein Gear ist logischerweise und automatisch kannst du dann höher laufen, das heißt, wenn dein Gear nach oben geht, geht natürlich auch das, was du schaffst, immer weiter nach oben. Silvana, Sündhafte Flamme. Moin Flo, ich würde gerne wissen, wo man die Illusion Sündhafte Flamme bekommt. Habe auf Wowhead etc. wieder nichts gesehen. Oh, allwissender Schiammi, bleib so wie du bist, du bist der Beste. Dankeschön. Ähm, die Illusion, die Illusion, Sündhafte Flamme, äh, oder was, Schattenflamme? Sündhafte Flamme, warte, was ist Sündhafte Flamme? Sündhafte Flamme. War das aus, war das aus Shadowlands? Ah ja, das ist aus Shadowlands, okay, das meinst du gerade. Äh, das ist eine Elite-Enchant aus Shadowlands, den gibt's nicht mehr. Die Elite-Enchant kriegt man in Arena immer, wenn du gewertet spielst, das heißt, entweder jetzt Solo-Q, 2-Falls-2, 3-Falls-3 oder RBG, 2s, 3s und RBG brauchst du Leute. Solo-Q kann sich alleine anmelden, ist aber trotzdem 3 gegen 3. Und da drinnen kannst du dann einfach versuchen, je nachdem, was dir lieber ist, nach oben zu climben. Overall, das leichteste Brakes ist 2v2, logischerweise weniger Spieler, weniger passiert. Und dann kann ich da halt nach oben spielen, äh, ansonsten alternativ geht natürlich auch Solo-Q ist, würde ich sagen, das zweitleichteste, wo man hochspielen kann. Und dann kannst du einfach schauen, dass du 2100 erreichst. Aber, wie gesagt, den Elite-Enchant von vergangenen Seasons, den gibt's nicht mehr. Ähm, da gibt's jede Season einen anderen Enchant und da sieht man eh, das war so sündhafte Flamme und entfesselnder Zorn und kosmischer Flux und hier, Shadowflame war letzte Season, das ist mein absoluter Favoriten-Enchant bis jetzt. Ähm, ja, da gibt's halt zahlreiche solche Achievements, die man sich dort abholen kann. Ach, jetzt bin mir grad mega so ein Schmerz reingefahren auf der Seite, was war das jetzt? Sitze immer so behindert vom Rechner, glaube ich. Ähm, so, soviel also erstmal zu dem Enchant. Und dann gehen wir gleich weiter, wegen BVP. Ähm, ob ich die Videoserie mit dem, äh, Rhodes zu 1800 diese Season wieder mache? Nein. Ähm, ich, ich hatte's zuerst geplant, dass ich diese Videoserie wieder mache, dann hab ich aber erst zu spät angefangen, überhaupt mit Arena zu spielen und dann hab mich ehrlich gesagt, hoppala, ich sollte vielleicht Schattenform auch gehen, dann hab ich ehrlich gesagt ein bisschen die Motivation verlassen und momentan, äh, geht's mir mental leider wieder nicht so mega gut. Ich hab ziemlich mit Ängsten und Co. zu kämpfen momentan. Und jetzt wollte ich halt bei YouTube generell so einen kleinen Schritt zurücktreten. Das heißt, dass auf YouTube ein bisschen weniger Content kommt, nicht mehr ganz so viel, ähm, wie ich jetzt die letzten paar Monate wieder gemacht habe. Muss ich mich einfach ein bisschen zurückziehen und mehr oder weniger eingestehen, dass das halt nicht alles geht, äh, was ich halt mehr oder weniger machen will. Ansonsten kann man jederzeit im Stream, äh, drüber Fragen stellen. Ähm, dann waren noch ein paar drinnen, weil jetzt müssen wir ganz kurz die Ente hier vermöbeln, sonst darf ich wieder nicht schauen, was da gerade noch drinnen stand. Die will mich nämlich hier gerade unbedingt tot sehen. Ähm, äh, ist es schwer für dich 1800 zu erreichen? Ähm, das kommt auf die Klasse drauf an und das kommt immer drauf an, wann ich das Ganze mache. Du musst ja sagen, ich, ich, oder eins meiner Dinger, was ich jetzt immer gemacht habe in letzter Zeit war, dass ich mir die Elite-Sätze jetzt auf allen Klassen geholt habe und da kommt es immer auf die Klasse drauf an. Es gibt Klassen, mit denen tue ich mir einfach hundertmal leichter und es gibt Klassen, mit denen tue ich mir bei Weitem schwerer oder so. Ähm, ich würde sagen, Klassen, mit denen ich mir richtig leicht tue, generell sind momentan mein Paladin, mein Krieger, mein Jäger und sogar der Warlock, weiß auch nicht warum, aber der Hexenmeister hat mir auch, äh, fiel mir auch ziemlich, ziemlich leicht, ganz Dragonflight über. Liegt vielleicht daran, dass Warlock auch ganz Dragonflight über schon geisteskrank stark ist. Ähm, und, ja, im Allgemeinen habe ich da nicht so viele Probleme hochzuspielen, würde ich sagen. Es gibt immer Klassen, oder eine Klasse, wo ich am meisten struggle, das ist momentan, oder es sind zwei Klassen, wo ich am meisten struggle, das ist einmal Evoker als Healer und einmal der Magier, ähm, wo ich immer wieder einen ziemlichen struggle habe, ich habe letztens, letztens, vorletzte, oder letzte Woche, wenn ihr das Video seht, im Stream mit Magier ein bisschen Solo-Cute gespielt und so. Und ja, ich habe auch genauso Lobbys, da gehe ich 0,6 oder so, bin komplett am Limit und weiß halt nicht, wie ich weiterspielen soll. Das ist halt, manchmal läuft es halt einfach nicht und manchmal läuft es dann wieder. Hochkommen tue ich trotzdem irgendwie, ähm, aber im Allgemeinen, ja klar, bei mir läuft es auch manchmal nicht unbedingt mit den einzelnen Klassen. Dann habe ich wieder Klassen, wo ich mir mega einfach tue, wie zum Beispiel mit, mit Hexenmeister habe ich, glaube ich, irgendwie 20 zu 10 oder so irgendwas gespielt, irgend sowas um den Dreh, da war ja immer dieser Bug, wo es einen einfach rausgeschmissen hat und so weiter, aber, ähm, im Allgemeinen geht es halt dann relativ fix, ich brauche meistens so 5 bis 7, 8 Lobbys im Schnitt, bis ich hochkomme mit Klassen, die ich besser kann, ausgenommen Healer, aber Healer habe ich ein bisschen mehr gebraucht, äh, da tue ich mir dann immer ein bisschen schwerer. Ja, ansonsten allgemeine Tipps, um halt besser zu werden, ist es in WoW generell, mein WoW kann man ziemlich vergleichen, was das angeht mit League of Legends zum Beispiel, weil beide Games setzen voraus, dass du erstmal ein ziemliches Wissen darüber hast, was andere können. Also, was kann die Klasse XY, was kann der Champ, was für Items hat er und so weiter und so fort. Das ist so ein Ding, das wäre schon mal gut, wenn ich das weiß, äh, und das ist ja schon mal die erste Barrier-to-Entry, was BVP betrifft, weil es wäre schon mal gut, dass ich weiß, äh, was ist der Burst von der Klasse, was ist ihre Defensive-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und das ist schon mal das Erste, was man so lernen kann. Das braucht man nicht unbedingt Arena-Lernen, das kann man auch nebenbei einfach bei Battlegrounds und Co. lernen, wo man immer wieder sieht. Man sieht eh immer die gleichen Animationen, entweder man lernt einfach, wie diese Abilities aussehen oder man lernt es halt in irgendeiner Art und Weise. Manche haben halt dann Weak-Auren oder so, ich habe mir einfach reingeprägt, dass ich weiß, wie die Animationen von allem aussehen, ich weiß halt, ähm, wie die kleinen Icons aussehen, deswegen sieht man mich auch nie mit Weak-Auren spielen, ich spiele halt schon so lange, ich habe mir das halt antrainiert, dass ich dann auf Buff-Leisten schaue, Debuff-Leisten schaue, äh, Unit-Frames schaue und so weiter, wo halt gerade was abgeht. Und das ist halt schon mal das Erste, dass man das weiß. Und dann logischerweise lernen mit seiner eigenen Klasse. Äh, bei seiner eigenen Klasse sollte man genauso wissen, wie funktioniert dein eigener Damage? Also kannst du deinen Damage komplett aus dem FF? Das bedeutet, musst du überlegen, bevor du irgendwie deinen Schaden anbringst? Oder ist das einfach Muscle Memory und du brauchst gar nicht auf die Leiste schauen? Wenn du auf die Leiste schaust, um deinen Schaden voll anzubringen, dann weißt du schon mal, dass du nicht so weit bist, dass das komplett von alleine kommt und du noch sehr viel mit den Gedanken immer da drinnen bist. Das heißt, immer wieder üben, das kann man auch in Battlegrounds machen, immer wieder versuchen, den perfekten Burst anzubringen und einfach schauen, dass man das durchkriegt. Dann im späteren Verlauf, wenn man das mit dem Burst hin hat, das ist meistens schon eigentlich das Gröbste, was man wissen muss. Also, was können die Klassen und wie funktioniert mein Burst? Und das reicht meistens normalerweise schon, dass du für die Elite-Sets hochspielen kannst. Wenn es dann weitergeht und wenn ich mich dann noch weiter verbessern will, also das reicht, dass man hochspielen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man das in fünf Games oder so macht, aber das heißt, man kommt halt definitiv nach oben. Der eine tut sich leichter, der andere tut sich schwerer. Und dann wäre es halt mehr oder weniger weiter reinlernen in das Ganze, weil dann geht es halt darum, was können andere Klassen machen, damit sie verhindern können, dass ich jetzt meinen Schaden voll anbringe. Das heißt, was kann jetzt zum Beispiel ein Krieger machen? Wenn ich jetzt als, sagen wir mal, wir spielen Krieger gegen Krieger und ich kann jetzt meinen Burst ziehen. Was kann der Krieger machen, um das zu verhindern? Er könnte als erstes Disarm spielen, das heißt, er könnte mich disarmen. Dann muss ich feststellen, spielt er Disarm in diesem Game gerade oder spielt er nicht Disarm, weil das kann er natürlich auswählen. Er könnte mich einmal mit Stun rausnehmen, er könnte mich vieren und er könnte mich nochmal stunnen über Shockwave. Das heißt, wir haben schon mal rausgefunden, was so seine Möglichkeiten sind, wie er mich davon abhalten kann, dass ich irgendwas machen kann. Dann geht es halt darum, zu lernen, darum rundherum zu spielen. Das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Hätte man zum Beispiel ebenfalls am Wochenende, wo ich Solo-Schaffe mit Magier gespielt habe, gesehen, da war auch zum Beispiel ein Mönch, der Mega-Tilter nach einer Runde gelieft ist, weil ich ihn halt so CC'd habe mit Magier. Und das hat halt nur einen Grund. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Mönch stand neben mir, ich stehe neben ihm und ich kann ihn dann einmal schieben oder ich fake ihn halt, er will mich kicken und ich kann ihn dann clean schieben. Darauf passiert halt ein Fehler oder er ist mad oder was auch immer. Man weiß ja nie, was genau abgeht. Und dann ist zum Beispiel, dass er einfach Insignia zieht. Und Insignia ist extrem wertvoll. Das ist das Trinket, was man spielt, das man sich aus Crowd Control rausholen kann. Wenn du das tracken kannst und weißt, er hat keine Insignia, der Heiler vor allem, dann weiß ich, ja gut, wenn der jetzt keine Insignia hat. Das heißt, beim nächsten Stun-Go ist er oder auch sein Mate ziemlich, ziemlich unter Druck, weil er kommt dann nicht raus aus dem, was ich mit ihm mache. Das heißt, ich kann halt dann schon mal lernen, abzuwarten, wann ich als nächstes was machen kann. Das ist vor allem für eine Klasse extremst wichtig und das ist Rogue. Es gibt nichts Wichtigeres, wenn ich zum Beispiel Sub-Rogue oder auch andere Rogue-Spezialisierungen spiele, zu wissen, wann jemand ein Trinket benutzt hat. Denn das ist automatisch mein Kill-Target. Als Rogue kille ich so gut wie immer nur innerhalb von Stunts. Das heißt, ich will wissen, wann hat der seine Insignia benutzt. Es gibt ja auch die Menschen-Insignia. Das heißt, wenn man einen Mensch spielt in-game, da gibt es ja das, wo man sich aus Stunts rausholt. Deswegen spielen dann viele zum Beispiel ein anderes Trinket und so weiter. Und da ist es halt Gold wert, zu wissen, hat der das jetzt benutzt oder hat er das nicht benutzt. Weil wenn ich weiß zum Beispiel, der Krieger hat sein Trinket schon raus und ich kann dann mehr oder weniger Go machen. Dann sagen wir, der Healer steht weit weg, der Krieger ist an mir dran und er hat kein Trinket und ich habe auch wieder, Entschuldigung, aber ich habe wieder meinen Stun ready. Dann heißt das, jetzt kann ich Full-Go machen, ich gebe einen Kippen-Shot, ich droppe eine Smokebomb und dann ist er schon so derart am Struggling, weil er kommt da nicht raus und ich kann den kompletten Damage einfach reinpumpen in ihn. Und das sind halt so Dinger, die sollte man halt dann wissen. Und dann geht es halt immer weiter, dann kann man halt immer tiefer reingehen. Aber was ist, wenn sein Mate mich stoppen kann? Also umso weiter du hochkommst im Rating, umso wahrscheinlicher sind solche Szenarien, dass ich halt sage, ja, sein Mate könnte aber dann hergehen und könnte mich wieder stoppen und dann muss ich halt wieder lernen, was mache ich mit dem Mate dann und so weiter und so fort. Und da geht es halt dann immer weiter, das nach oben zu lernen. Aber das sollte man halt Stück für Stück lernen. Es ist halt, diese Dinge sind halt komplett nutzlos auf niedrigerem Rating. Das heißt, für 1800, wo die Elite-Sets angesiedelt sind, reicht es meistens zu wissen, was können die Klassen im Groben, also ich muss jetzt nicht jede Ability kennen, aber es wäre zum Beispiel gut zu wissen, ah, wenn der Shadow Priest jetzt Dots ab hat und einen leeren Strom castet, macht er Big Damage und seine Defensive ist eine Dispersion. Das heißt, wenn die weg ist, dann ist er ziemlich tot. Das ist schon mal, wenn ich das weiß und dann noch zusätzlich weiß, wie ich meinen Schaden mache, dann einfach Games spielen und dann kommst du zwangsweise irgendwann auf die 1800. Und dann ist der nächste Punkt halt auch immer wichtig, dass man Fehler eher an sich sucht und nicht beim ganzen Team, sondern schauen, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Auch wenn dein Mate gerade deiner Meinung nach keine Ahnung, wie derart reingehendet hat, was hätte ich anders machen können, dass es gar nicht zu dieser Situation gekommen wäre zum Beispiel? Oder wie hätte ich da zum Beispiel einen Kill erzielen können? So lernt man halt. Beim anderen machst du nichts anderes, als halt das ganze Team blamen und alle anderen sind schuld, nur ich nicht, weil ich bin ja so viel besser. Ich komme zwar nicht nach oben, aber ich bin so viel besser als alle anderen, was ja auch schon an sich halt keinen Sinn ergibt. Und ja, da muss man halt, wie gesagt, Stück für Stück lernen und halt immer schauen, dass man besser wird. Und das funktioniert leider nur über Spielen und das funktioniert leider nur, indem man immer wieder Fehler macht und Fehlschläge macht, weil daraus lernt man halt im Ersten. Wenn du immer alles richtig machst, ist es halt schwierig, schwierig, dass du dann noch improvest in irgendeiner Art und Weise, weil du bist ja Baseline schon generell höher unterwegs. Aber das ist halt wieder, jeder Mensch ist halt irgendwo verschieden. Leute lernen verschieden schnell. Ich habe Leute gesehen, jetzt sind, ich habe jetzt auch schon fast zehn Jahre Content gefüllt, und ich habe Leute gesehen, die sind halt, er spielt zum ersten Mal BVP und spielt halt irgendwie drei, vier Tage und hat ein Grundwissen und checkt halt mehr oder weniger fast alles. Und dann gibt es Leute, die spielen seit Monaten, Jahren oder sonst irgendwas, die wollen sich nicht wirklich verbessern und die checken auch bis heute noch nicht so wirklich, wie das eigentlich funktioniert. Das ist dann, gerade in Battlegrounds siehst du das sehr oft, wo Leute halt dann immer, ja, nicht recht verstehen, wenn du zum Beispiel siehst, dass er hat Full Gear, regt sich auf, dass, weiß nicht, nichts passiert oder sonst irgendwas. Also habe ich schon genug? Ich habe schon fünf. Regt sich auf, dass nichts passiert und so weiter und dass wir zu wenig Damage haben, hat aber selber zum Beispiel nur 500k Damage und wo du dich fragst, das funktioniert halt gar nicht, weil selbst wenn ich meinen Damage gelernt habe, weiß ich, dass ich mehr als 500k in einem Go anbringen kann. Selbst wenn ich in zwei Sekunden sterbe, habe ich den Damage wahrscheinlich angebracht vorher. Das ist halt immer fragwürdig, ja, ob man dann nicht lernen will oder einfach nur zwanghaft irgendwo die Schuld bei anderen sucht. Also ist immer schwierig. Man sollte halt halbwegs positiv an dem Ganzen dranbleiben und dann wird man halt mehr oder weniger immer leichter und leichter dann das Ganze nach oben kleiden. Aber man sieht es auch bei mir, da ich halt alle Klassen spiele immer, dann werde ich mit einer Klasse wieder besser, weil dann spiele ich ein paar Games, dann lerne ich aus meinen Fehlern und dann habe ich meinen Rebot und dann switche ich halt die Klasse, weil du siehst mich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt im Stream spiele oder so und ich spiele einen Char hoch, vorlesse Woche haben wir zum Beispiel Ede-Shambi fertig gemacht mit irgendwie 40 Games oder so und dann spiele ich die halt maximal noch im Battleground, aber nicht mehr in der Arena und dann vergesse ich halt relativ schnell wieder, was ich halt in diesen Games gelernt habe, wie ich Meleys von mir fernhalte oder was auch immer. Das funktioniert dann in kleinerem Ding wieder, wo ich halt in PGs unterwegs bin und so, aber wenn das dann irgendwie zwei gute Spieler sind, die mich halt da durchtunneln oder so, dann auch wieder relativ schnell am Limit, weil ich halt das, ja, weil ich dann nicht die Zeit reinstecke und alles, was zählt, ist nun mal immer die Zeit, die man reinsteckt, denn durch die Zeit, die man reinsteckt, wird man immer besser, wenn man damit aufhört, wird man halt zwangsmäßig wieder irgendwann seinen Niveau halt verlieren, so wie es überall im Leben ist, wenn ich jetzt eine Zeit lang Krafttraining mache und dann mit dem Krafttraining aufhöre, dann werde ich halt dementsprechend schnell wieder meine ganzen Games verlieren, was aber dann wieder von Vorteil ist, denn ich habe das Ganze schon mal gelernt, sprich, wenn ich im späteren Bereich, äh, späteren Verlauf wieder irgendwann anfange, dann lerne ich es auch relativ schnell wieder. Kommt natürlich bei WoW, kommt es darauf an, wann habe ich das letzte Mal gespielt, denn wenn du in der alten Ära von WoW gespielt hast und versuchst, jetzt nochmal gut zu werden, dann wirst du dir wahrscheinlich wieder schwerer tun, weil zwischen jetzt, sagen wir, Burning Crusade Gameplay und dem Gameplay von Dragonflight oder generell der moderneren Ära, also Warlords of Draenor, das ist halt schon ein massivster Unterschied, äh, was halt gerade BVP-technisch dort abgeht, deswegen müsste man da halt nochmal schauen, dass man da in irgendeiner Art und Weise sich, äh, ja, wieder reinlernen muss in das Ganze, aber das wollen dann viele auch wieder nicht. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen weit ausgeholt, aber ich glaube, das hilft zumindest dem einen oder anderen. Momentan haben wir nämlich eh gerade nicht so, ja, die mega vielen Neuigkeiten in WoW. Man hat gemerkt, dass Dragonflight, also die Season 3, die bisher, oder eine der bisher aktivsten BVE-Seasons überhaupt war in WoW, ähm, hat wahrscheinlich, ist auch wahrscheinlich der BlizzCon ein bisschen zu verdanken, dass da so viel Hype ausgelöst wurde und so weiter, aber man merkt halt jetzt mittlerweile, dass es ziemlich rückgängig ist, logischerweise, die Season läuft jetzt schon seit drei Monaten und Leute haben langsam alles, was sie so haben wollten und jetzt ist halt mehr oder weniger jetzt sind wir wieder so in dieser, so ein bisschen Flaute von WoW gerade drinnen, da geht es dann immer ein bisschen ruhiger zu, das merkt man auch zum Beispiel, wenn ich im Stream was mache, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt aktiv den Raid die ganze Zeit organisiere oder so und irgendwas, sondern machen mehr so den, den Neben-Content, was man gerade so machen kann, verschiedene Sachen farben und so. Ich bin gerade wieder mega im Achievement-Ding drinnen beziehungsweise im Collection-Staff-Drainers wieder mehr für T-Mog gehe und hier die ganzen verschiedenen Achievements fertig mache gerade, die mich hier alle noch fehlen, dass ich das gerade alles angehe und, ja, ist immer ein bisschen schade, aber jetzt haben wir halt auch gerade nicht diesen Lichtblick, ich meine schon keiner, aber es fehlt also dieser Hype momentan gerade, was daran liegt, dass halt Blizzard, wie gesagt, den Patch 10.2.6 nicht zum Testen rausgibt, sondern dass der einfach releast nächsten Monat irgendwann. Meisten gehen vom 19. oder 2. oder beziehungsweise 19. für US, 20. für EU. Ich hoffe, wenn sie es schon geheim halten, dass sie einen EU-weiten Release machen, wie bei Season of Discovery, das quasi am gleichen Tag für alle Releases, das wäre ein bisschen angenehmer, falls da irgendwelche Geheimnisse oder Rätsel oder sonst irgendwas drinnen sind, ist ja cooler, wenn alle Zeit gleich da drauf zugreifen könnten. Denn ansonsten, ja, dadurch, dass wir diese Informationen halt nicht haben, was halt da im nächsten Patch dann mehr oder weniger alles abgeht und so, fehlt mir persönlich so ein bisschen der Hype gerade. Oh, wir haben ein Backkopf-Upgrade von 138 auf, altert allein Ausdauerunterschied von 42 Ausdauer auf 407. Die Upgrades sind Insanity gerade. Deswegen fehlt mir da auch gerade so ein bisschen der Hype, da waren wir jetzt mit dem Dragonflight Keiner verwöhnt die ganze Zeit, muss man auch ehrlich sagen, weil innerhalb von Dragonflight war es halt so, dass wir nonstop irgendwo irgendwas Neues angekündigt bekommen haben und dann war halt immer wieder das Hype. Jetzt haben wir mehr oder weniger nur die Spekulationen und da spekulieren wir auch ziemlich fleißig, meistens im Stream darüber, was halt 10.2.6 beinhalten können, könnte und was halt sonst noch so drinnen sein kann, weil wir haben ja immer noch so viel Data-Mining-Stuff, der halt noch offen ist, der bisher noch nicht In-Game kam, der vielleicht Handelsbosten oder sonst irgendwas ist. Wir haben ja dieses gedatumeinte Varian-Set aus seiner Gladiatoren-Zeit, wir haben halt das Silvana-Set, wir haben so ein Wir haben so ein Varimatras-mäßiges Set, also von den Flügel-Boys, mir fällt immer wieder der Name gerade nicht ein, da haben wir so ein Set noch gedatumeint, und es ist ja die Frage, für was genau ist denn das alles und für was wird das halt später irgendwann mal benutzt oder ist das alles dann irgendwie im Handelsbosten drin und wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, den Monat von Silvana, sondern kann sich irgendwie das Set holen oder so, man weiß ja nie, was sie damit vorhaben. Gerade nächsten Monat bin ich eh gespannt, was im Handelsbosten ist, weil übernächsten ist ja ein Nobelgartenfest, das heißt ja Ostern und so weiter und da wissen wir ja schon, dass da so Sets gedatament wurden, die man sich dann wiederholen kann, wahrscheinlich wieder eins im Shop, logischerweise wie immer halt und eins wahrscheinlich im Handelsbosten, wenn man halt den Monats-Reward abholt. Da können wir natürlich nur drauf warten, was sie damit zu tun haben und zu Season 4 gibt es da auch nicht wirklich viel zu sagen, weil Season 4 wird halt erst nach dem Patch-Release auf dem BTR irgendwann hochgepuscht, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen, weil 10.2.6 bringt eigentlich alles, was in der Season drinnen ist, aber die Season ist nicht direkt mit dem Patch-Release aktiv. Wir gehen davon aus, dass die Season irgendwann in der 1. April oder 2. April-Woche startet, wo wir dann Season 4 von Dragonflight noch haben, also die letzte Season und das wird dann eine kürzere Season und ich bin gespannt, was sie da dann noch einfügen, was halt ein bisschen für Langzeit-Motivation sorgen könnte. Ich meine, wir haben dann trotzdem auch noch Patch 10.2.7 und wir haben auch noch Patch 11.0, also den Pre-Patch, das kommt ja dann auch beides noch und obwohl wir eine kurze Season haben, ist das natürlich trotzdem cool, weil viele Leute sind natürlich sehr gespannt auf das ganze Time-Running-Pandemonium und was das alles sein wird, aber momentan bleibt uns da halt nur Spekulationen offen, weil sie halt diesmal den Testserver nicht am Start haben. Dann haben wir wie gesagt nach wie vor, wie letztes Mal auch schon angesprochen, halt Season of Discovery aktuell, aber das bei mir auch einfach. Ich habe es letztens schon gesagt, aber das ist das, ich, mich, mir kommt es einfach nicht, dass ich spielen will, ehrlich gesagt. So, ich habe am Anfang, wo es rauskam, Season of Discovery, hatte ich halt mega Bock, aber jetzt ist es so, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie überkommt es mich nicht, dass ich es gerade irgendwie spielen möchte oder so, weil mir einfach persönlich zu wenig Änderungen drinnen sind. Mal schauen, ob sie da in Zukunft dann auch noch ein bisschen mehr ausrasten und sich ein bisschen mehr trauen, was das Ganze angeht, weil mir persönlich zum Beispiel auf Max-Level dann nur der Rate ist mir einfach zu wenig und das Open-Wide-BVP-System, ja, das interessiert mich dann auch nicht, weil Classic-BVP ist halt für mich zu langweilig, weil zu wenig passiert immer und da bin ich halt dann immer relativ schnell raus, aber generell scheint es ziemlich wieder einigen zu gefallen, was auch natürlich ziemlich nice ist, weil du kannst ja sowieso mit einem Abo halt mittlerweile alles spielen, ist ja egal, ob das jetzt Classic, VOTL-K oder Retail ist, kannst ja mit dem einen Abo einfach mehr oder weniger alles gamen. Also das ist schon mal definitiv ein großer Pluspunkt, was VW angeht, nur wie gesagt, ein bisschen sad gerade, dass wir nicht irgendwie so diesen Mega-Hype gerade haben, ist halt immer cool, wenn das irgendwie so am Start ist und wenn man da ein bisschen rein spekulieren kann, aber ist halt immer wieder das Gleiche, ist halt nicht nett, dass es zum ersten Mal oder so ist, das ist literally jedes Add-On, das ist man eigentlich schon ziemlich, ziemlich gewohnt, früher war es sogar schlimmer, in Dragonflight war es das erste Mal, dass wir halt non-stop irgendwelche Informationen bekommen haben und so weiter, früher war das sowieso immer, boah, dann kam halt irgendwann mal mittendrin ein Patch und dann hatten wir halt irgendwelche Informationen, aber da wurden nicht irgendwie hingetiest und irgendwelche anderen Sachen halt angestellt, sondern da war halt mehr oder weniger immer nur Community-Spekulation am Start und sonst halt gar nichts, weil sie sich da immer sehr, sehr, sehr verschlossen gehalten haben. Ansonsten gibt es aber ja auch mehr als genug andere Games gerade am Start, die man halt so nebenbei gamen kann, was halt sehr nice ist, was ich jetzt zum Beispiel im Stream durchgespielt habe, was wir im Koop zusammengespielt haben, ich und Borgsi war, wir haben Remnant 2 durchgespielt, das ist so ein Souls-like kinder, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere, war ziemlich nice, habe ich echt enjoyed das Game, ich habe dann alleine noch den DLC, das mit dem King durchgespielt, das war auch noch ganz fun und ja, das war so bisher der Random-Stuff, den ich so gemacht habe und wenn ihr das Video seht, haben wir den Freitag davor, haben wir wahrscheinlich Entschrouded auch noch angespielt und warten momentan auch noch auf den guten alten Valheim-Patch, weil da habe ich auch noch immer mega Bock drauf, äh, Valheim ist immer noch eins meiner absoluten Lieblings-Survival-Games, die überhaupt rausgekommen sind bisher, weil ich sogar mehr als Minecraft oder sonstiges, aber das ist auch, das ist auch nochmal ein huge Game, auf das ich mich schon wieder freue, wenn es dann weitergeht mit den Ashlands, glaube ich, hieß das Update, da habe ich auch schon mal wieder richtig, richtig Bock drauf, ansonsten ist Gaming-mäßig auch nicht so viel los für mich persönlich, da sind so Games raus, die halt mir überhaupt nicht zusagen, sowas wie Palworld oder so, das ist jetzt wieder so überhaupt nicht mein Game, ähm, aber das ist meistens so irgendwie diese ganzen kompletten Games, die irgendwie übertriebenst gehypt werden oder so, die da so aufkommen, immer so random, so aus dem Nix, auf einmal ist ein Game da und jeder spielt es, jeder spricht drüber und eine Woche später weiß keine Sau mehr davon, ich weiß es nicht, das sind irgendwie nie Games, die mir zusagen, das sind immer so mega weirde Genres in letzter Zeit, das sind immer so mega weirde Sachen halt, eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, war es halt noch diese ganze Battle Royale gedönst, dann war es dieses TFT und so weiter, dann kam Valorant raus und ich weiß es nicht, das sind halt, das sind ja immer irgendwie, das ist mir da meistens zu viel in den Games drinnen und die Games, die ich gerne spiele, so wie DMZ, das wieder nicht weiter gemacht, habe ich immer noch mad auf Activision, Alter, dass sie bei Call of Duty DMZ gestrichen haben, da bin ich immer noch mad und Tarkov ist auch irgendwie nicht so mega meins, vor allem, weil ich Gunplay und so weiter da drin einfach gar nicht mag, aber ich würde gerne wieder so ein BVE, BVB Game haben, früher haben wir ziemlich viel Sea of Thieves gespielt, aber ich weiß nicht, Sea of Thieves ging auch immer mehr in die Richtung, was mir persönlich nicht mehr zugesagt hat, ich mochte halt einfach dieses Risk Rewarding, also dieses BVE mit BVB, was ja zwangsweise dabei ist, du spielst halt und auf einmal geht dich halt irgendwo einer an und du kannst nicht mehr escapen oder du challenge den und so weiter und das hat es mir für mich immer interessant gemacht, aber irgendwie arbeiten die ganzen Devs, die solche Games machen, also BVE, BVB Games arbeiten immer mehr dagegen, dass BVB passiert, kommt mir vor, das ist immer so, immer noch mehr Mechaniken einfügen für Leute, dass sie halt irgendwie bloß nicht in BVB Combat rein müssen, so, wo ich halt in Sea of Thieves glaube ich, gibt es jetzt irgendwie so einen Modus, wo man dann irgendwie komplett alleine spielen kann, so, dass man alleine irgendwie in der Ding umher segeln kann und dann gab es irgendwie in einem neuen Patch gab es irgendwas, wo man einfach irgendwie abtauchen kann mit dem Schiff, so, da kommt jemand, ich tauche einfach ab und segle halt irgendwo anders hin damit und der kann mich halt nicht chasen darüber und so, das finde ich irgendwie alles so merkwürdige Changes, das ist so irgendwie alles gar nicht meins, vor allem wenn man ein Game entwickelt, das halt von der Entwicklungsidee komplett darauf passiert und dann kommt, dann logischerweise, dann wird das Game populär durch irgendwas, weil halt irgendwas passiert ist und so weiter und dann wollen immer mehr Leute, die reinkommen, das Game beeinflussen und dann ist das Game auf einmal nicht mehr das, was es eigentlich bekannt gemacht hat, sondern dann wird das Game auf einmal nur noch irgendwie, ich weiß nicht, in Richtungen entwickelt, die irgendwie weird sind dann meistens, um eine Audienz zuzusprechen, die es von Anfang an halt erstmal gar nicht supportet hätte und so, finde ich immer komisch, ist jetzt komplett anderes Thema gerade, aber finde ich immer ein bisschen schade, gerade ich mag diese BVE, BVB Games, wo halt einfach, ja es kann halt einfach was passieren, so, da sieht man diesen Risikofaktor, dass halt irgendwas mittendrin passiert und ich halt mein Stuff wieder verliere. Gibt es jetzt noch nicht so viele Games in die Richtung leider, es sind ziemlich viele in der Entwicklung, was das angeht, aber die kommen halt alle erst in zwei Jahren, sowas um den Dreh rum, aber da gab es ja sonst nur Hunt Showdown, ich glaube Tarkov und noch ein paar andere, da gab es noch ein paar andere Tarkov-Klons und so weiter. Ich würde gerne einen sehen, was halt nicht ganz so Hardcore ist, also was quasi nicht so eine Omega-Hardcore-Ding hat, aber trotzdem halt irgendwo coolen Content bringt, wo halt der Einstieg leichter fällt, wo ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Master-Abschluss brauche, damit ich halt halbwegs was realisiere, was im Game abgeht oder so. Das war auch immer der Grund, warum ich zum Beispiel Blizzard Games mehr mochte, weil Blizzard Games waren immer so designed, dass sie, ja, relativ anfängerfreundlich sind. Das ist ja genau der Grund, warum WoW und Diablo und so weiter damals so geboomt haben, weil sie halt Ideen geklaut haben von anderen Games, die mehr Hardcore waren und haben es halt für die Casual Audienz ein bisschen besser umgesetzt, in einer Art und Weise. Teilweise zu viel, teilweise zu wenig, kommt immer draufs Game drauf an, aber... Ähm, ja. So ein mal komplett anderes Thema nebenbei am Rande. Meine Probleme mit Markdown Gaming, Alter. Der Schlammy-Podcast. It's big. So, was müssen wir überhaupt noch machen gerade? Ein paar von elementaren Kielen hier. Bin immer noch nicht so der Fan von Onaran Plains. Die Quests hier habe ich auch irgendwie nie so mega gefühlt. Generell so. In Battle for Azeroth habe ich Chars gelevelt ohne Ende. Da hatte ich alle, zum Ende vom Add-on hatte ich alle meine Chars auf der Maximalstufe. Außer meine zwei Pym Twings, die halt einfach generell auf Low-Level rumgammeln, ähm, hatte ich halt mehr oder weniger alles gelevelt. Und jetzt irgendwie fehlt so die Motivation, die Chars zu leveln, weil die Gebiete sind alle nicht so mega. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, die Gebiete sind nicht bad, aber es ist nix, wo ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt tausendmal durchmachen. So was wie Trust war, oder was? Uff. Trust war was, so eine sicke Atmosphäre, so coole Sounddesign, so coole Quests und so weiter. Die Sidequests waren auch noch alle ziemlich mega. Und da habe ich mir so richtig gern so einen Speed-Level-Weg durch gebastelt. Und jetzt, jetzt fehlt mir das irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. So, dass mein Lieblingsgebiet ist azurblaue Gebirge und damit kommst du auch von 60 bis 70 alleine. Ähm, aber ich will das halt auch nicht andauernd machen gerade. Entschuldigung, weil das ist auch nicht so, also ich würde sagen, da sind die Quests einfach nur angenehm. Das ist jetzt nett, dass ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie, weil irgendwas mega nice ist von der Story, Sound oder sonst irgendwas, sondern die Quests sind einfach angenehmer als in allen anderen Gebieten und die Quests sind alle ein bisschen enger aneinander und das ist einfach der einzige Grund, was das Gebiet irgendwie angenehmer macht. Ähm, ich finde es cool, die Changes, was sie vorhaben, das fehlt mir nämlich ein bisschen. Äh, die Changes, was sie vorhaben mit dem War With In sind ja, dass man in der Level Experience hier diese ganzen Events spielen kann. Wie die große Jagd, Viererke Invasion und das Kochen und so weiter und das soll ja alles EXP geben und das sind ja dann einfach so Public Events, die ich einfach ganz normal zum Leveln hernehmen kann auch. Sowas finde ich ganz cool und was mir auch noch fehlt in Dragonflight, wir haben so viele Events, wir haben so viele Events, die am Start sind, aber was mir wirklich fehlt sind diese, sowas wie Legion Invasionen oder wie die BFA, die Angriffe auf die Stadt und so weiter. Das waren irgendwie coole Events, die immer so kurze Zeit da waren und dann konntest du halt relativ gut leveln mit und du konntest auch auf Max Level logischerweise Gear und so weiter holen. Das fand ich irgendwie ziemlich nice von den Events her. Das vermisse ich ein bisschen. So ein zonenweites Event mehr oder weniger, das einfach für eine kurze Zeit aktiv ist. Sollen wir den Rare umhauen? Ja, komm. So ein zonenweites Event, das irgendwie für eine kurze Zeit aktiv ist. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, es gibt auch so Events. Ich meine, die Jagd und so weiter würde ja eigentlich auch drauf hinauslaufen aus solchen Dingen, aber das ist irgendwie ein ganz so cool Design-Teil. Du machst halt ein paar Quests, hast ein paar World-Quests zur Verfügung, machst halt ein bisschen spezifischen Stuff und dann kriegst du halt mehr oder weniger am Ende halt den Reward. Und jetzt ist irgendwie Folge immer dem Stuff, der da gerade passiert und dann geht es halt mehr oder weniger immer weiter. Habe ich den Selfie habe ich immer noch nicht gescaled, oder? Weil ich sterbe hier gerade Loki ein bisschen. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen gegenheilen. Und ja, da fehlt mir so ein bisschen diese Dinger irgendwie. Ich muss sagen, dass ich BFA die Angriffe sogar fast am meisten gefeiert habe von allem. Das war irgendwie so mein Favoriten-Content, ehrlich gesagt. Eine Zeit lang in BFA diese Invasionen einfach zu machen und da halt irgendwie zu schauen, da halt irgendwie zu schauen, dass ich da EP rausholen oder halt die World-BVP-Machtort oder sonst irgendwas. Da haben sich immer relativ viele Spieler versammelt. Da konnte man immer relativ witzige Sachen machen. Also ich finde den einen Wagen hier gerade nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo der stand. Ach, da unten steht er. Sonst wird das hier nichts mit meinem Quest-Abschluss gerade noch. Muss ich den hier agron? Muss ich agron? Den anderen auch. Das sind natürlich genau die zwei Mobs, die ich gar nicht brauche. Das ist wieder sehr, sehr ungut, du. Die geben mir nämlich ziemlich aufs Fressbrett gerade. Alter, macht das alles Damage. Ich merke definitiv, dass meine HP noch nicht so hoch sind, weil mein ganzes Gear noch nicht ganz voll ist. Und ich halt immer noch so derart viel HP vermisse von dem Teil, weil man hat ja gerade vorhin gesehen, das Upgrade-Teil von 42 Ausdauer auf 400 Ausdauer. Da merkt man schon ganz anders, wie man derart noch ins Gesicht kriegt. Und das dann meistens nicht so geil. So, jetzt haben wir kurz einmal hier abgestaubt. Oh, da ist noch einer. Magierin. Das ist ein Name, Alter. Da waren wir wieder richtig kreativ, Alter. Da waren wir wieder richtig kreativ. Einfach Magierin nennen alles Magier. Ich brauche noch einen Sturmrufer-Initian. Da ist er. Den müssen wir auch noch überfahren. Dann haben wir nämlich hier wieder alle Quests fertig und haben wir schon wieder fast ein komplettes Level abgeschlossen hier nebenbei. Das ist ja auch schon wieder sehr angenehm. Gold haben wir auch mit dem ein bisschen was. Oder 33.000 sogar. Dann haben wir hier schon wieder so einen kompletten Part einmal abgeschlossen. Das gibt noch mal relativ gut EP. Genau, haben wir da genau nur 50%. Aber jetzt lassen wir es erstmal gut sein hier. Mitte dieser Folge vom Let's Play. Schauen wir, dass wir hoffentlich nächstes Mal ein bisschen besseres Gear haben. Ist mir bei Enhancer auch schon mal passiert, oder? Wo ich durch Dragonflight gelevelt habe. Da hatte ich auch immer eine Zeit lang mega neue Waffen einfach an und bin überhaupt nicht mehr vorangekommen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, wählen wir ab damit. Gerne unten in die Kommentare oder alternativ auf dem Server Rexar oder Aleria einen Brief an Community Binde Strich Rexar schicken. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.